Ups, ist schon da gefallen. Äh, aha. Aha. Versterb doch endlich. Direkt doch endlich, meine ich. War gut. So. Hopp, hopp. Weg mit dir. Geh doch. Die hab ich schon wieder fast vergessen grad. Dü, di, di, di. Dü, di, di. Zack, zack. Autsch. So. Du war auch weg. Oh, schon wieder mal 28. 29. Yay. Äh. Das wär dann. Autsch. Okay. Fuck. Ah. 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 Dafür bin ich zu blöd. Hm. Naja. Jo. 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 So. Muss halt richtiges Timing abwarten. ja ich weiß warum das auch so stabiler körper mach ich das so ok wir werden nicht mehr zurückgeschubst das ist schon mal besser vielleicht ist das so jetzt einfacher das ist aber jetzt die frage ist das wirklich einfacher so oder nicht tschüss hallo zack man manu 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 man okay aber dass der mich so geklatscht hat war auch nicht grad nett so okay hier schwebt er durch die gegend na du na du na komm bei fuß so ok alles klar ach das war wieder ein fehler gewesen wo ging es hier nochmal hin ach ja ja aha so ouch aber er hat mich grad getroffen ouch schon wieder getroffen was war das denn jetzt für nords weg mit dir ich weiß auch nicht was ich da gerade veranstaltet habe vielleicht auch irgendwann den falschen knopf gedrückt es kann auch sein so so okay 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 ups jo platzen direkt neben mir ist klar tschüss jo wäre wieder direkt neben mir gewesen grad okay na fie so na komm fuck das war doof na komm ouch stirb ja 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 da wieder rein da bist du na komm du So geht das auch. Wow. Der nerft gerade einfach nur. So. So, so, so. Ups, das war der falsche Knopf. Ich wollte so drücken. Ja. Ach, warte mal. Das würde ich da oben nicht schaffen. Hm. Das ist das Ding. Wie das hier einfach noch rumliegt. Äh. Was für da oben ist der? Schamane. Unser bester Freund. Äh, heh, heh. So. Wenn wir nach der Karte gehen, sind wir... Da. Okay. Okay. Genau da, wo wir vornehmlich nicht langkamen. Na, zeig mal. Gar nix. Äh, hip. Hm. Ach, guck mal. Ist ja auch wieder sowas. Und da kommen wir aber noch nicht lang. Die Frage ist halt, wie kommen wir da lang? Wow. Pilzöde. Läuft. Was bist du denn? Wow. Alles klar. Gut zu wissen. Ah, ja. Tschüss. Hm. Wer bist du? Hm. Irgendwas merkwürdiges. Kann man hier irgendwo mal speichern? Ich will speichern. So. Komischer kleiner Wicht hier. Okay. Wir sollen da weiter? Hier ist nix. Oder? Äh. Ist das so merkwürdig. Was ist hier? Wow. Was war hier? Gar nix. Okay. Also nur zwei Wege. Ach. Guck mal. Da liegt wieder jemand rum. Geh lang. Ich habe eine komische Befechtung. Hä? Rausruhen. Sehr gut. Du bist ja du. Versuch nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hm. Hast du viel Geo eingesammelt? Gib mir Geo, dann zeige ich dir etwas Nettes. Zahle, um etwas Schönes zu sehen. Na gut. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh hier. Willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausche ich sie. Für mehr Geo. Mehr Geo. Fragiles Herz. Das hier ist sehr wertvoll. Ein wunderschönes Talisman. Wunderschöner Talisman. Ich habe ihn für dich gemacht. Wenn du ihn hältst, wirst du dich viel besser fühlen. Wenn du Angst davor hast zu sterben, brauchst du diesen Talisman. Bring anschließend das Geo, das du findest zu mir. Ein ganz besonderer und wertvoller Talisman. Fragile Gier, fragiles Herz, fragile Stärke. Okay. Du bist schwach, oder? Dann solltest du mir Geo geben. Wenn du das tust, gebe ich dir diesen Talisman, den ich hergestellt habe. Er wird dich stärker machen. Deine Feinde und alles andere auch, wenn dich endlich fürchten. 600. Nö. Ah ja. Du wirst nicht gern verletzt, oder? Vielleicht macht es dir nichts aus. Bist du nett? Falls du nett bist, gibst du mir Geo. Vielleicht bist du nicht so nett. Versuche nicht, mich auszutricksen. Bin ich dumm. Schön, nicht wahr? Diese Geschenke, die ich habe, sie sind voller Glanz und gefährlich und üblich. Ich habe sie gemacht. Sie ist ja nicht aneidisch. Gib mir Geo und du kannst eines haben. Genug geredet, du laufest. Wie nervtötend. Komm näher, zeig mir dein Geo. Okay. Spinner. Äh, ja. Ah, ja. Da kann man auch Talismane kaufen. Ist halt wieder so... Hm, was sind das für Talismane? Ist halt wieder so die Frage. Okay, da frage ich doch. Wie komme ich denn da rüber? Na ja. Äh, du, du. Wahrscheinlich spiele ich eine neue Fähigkeit wieder. Hm. Ah. Ups. Das war doof. Äh, so. Ich weiß mal, wir wissen, was hier ist. Genau. Habe ich mir doch schon gedacht, dass das passiert. Ich habe mir das irgendwie schon gedacht. Und danke, bin tot. Mistviecher. Blöde Mistviecher. Das ist ja gemein. So. Dann muss ich da jetzt wieder zurück. Wieder neu holen. Okay. Hallo. Na du. Was für Mistviecher, ey. Ha. Viel zu schwer gerade noch. Wahrscheinlich. So. Hier geht's zu dieser Stadt, oder was das heißt, ne? Wow. Wow. Oh. Dummes Vieh. Wow. Wow. Au. Sterb doch. Uiuiui. Und der kleine Scheiß hat er. Toll. Zack. Können wir nochmal zurück. Wollte ihn erledigen. Wollte ihn erledigen. Der darüber. Drüben hin und her sprintet. Gibt nix. Mann. Na gut, aus der Seele. Au. Scha. Seele. So. Okay. Hier geht's nicht weiter. Haha. Wenn du nicht darauf achtest, fällst du davon dieses... Wasser. Wow. Was bist du denn für ein Scheiß-Ding, ey? Ah. Am Arsch. Okay. Schon wieder so ein Ding. Wow. Das haut aber auch rein. Nö. Mach bumm. Okay. Gibt's aber auch miese Dinge. Ach, noch so eins. Mach bumm. Hat es das Ding mit weggesprengt? Ach so. Hä? Ah. Ja. Ich muss ihn erst mal finden. Für die Karte wieder. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Noch so ein komischer Wicht. Ah ne. Aha. Winzige Schritte einer winzigen Kreatur. Du siehst wie ein Abenteurer aus. Also haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten, ja? Nun, da bist du auf dem richtigen Weg. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm in der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagt sie. Und mich dürstest es für mich nach einem richtigen Kampf. Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf das sich unsere Wege wieder kreuzen. Gloss von Noah Stuttdijk. Ah ja. Und ich dachte, da kommt jetzt ein Gegner. Das war ein Schritt zu weit. Ach du Ding, bist ja auch wieder da. Und hier? Was ist das? Wir denken, wir gedenken des Ältesten. Okay. Mehr nicht. Mehr nicht. Okay. Ich mag es, dass wir jetzt so schnell sind. Yay. Wir kommen wieder raus. Ich habe mich nicht versteckt, weißt du? Nur ein Nöckchen, bevor ich weiterziehe. Bald werde ich wohl noch tödlicher ein bisschen begegnen. Also muss ich meine Stärke wahren. Okay. Guck mal da um. Komm ich nicht hoch. Ah. Blumis. Ah. Äh. Duck. Duck. Aha. Mist. Eie. Das ist ja mies. Das war knapp. Nee. Oops. Das war falsch. Äh. Äh. Mist. Nein. Mann. Ah. jetzt. Ups, das war der falsche Knopf. Okay. Anders, doch, ich wollte schon sagen, anders kommst du da nicht vorbei, aber. Doch, kommt man. Ey, das ist ja gemein. Nein, nein. Nein, nein. Oh. Fuck. Das war doof. Wow, war das knapp. Aha. Okay. 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 So. Machen wir das immer so. Und fallen mega weit runter. Mega weit. Wow. Na, macht er Bomben? Er macht Bomben. So. Ach, guck mal, wer da war. Ah, ja. Und hier. Okay. Okay. So. Dich habe ich. Und euch habe ich. Hm. Und da? Ich will noch nicht tiefer gehen. Ich gehe jetzt mal drüben lang. Hm. Kommen wir zu der Arena. Hier endet der Pelzweg. Das Herz von Highlands Nest liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit. Okay. Was habe ich mir schon gedacht? Hä, hä, hä. Sehr witzig. Müssen wir doch da unten lang. Toll. Sehr nett. Nicht? Und noch nehmen wir einen Punkt zum Speichern. So. Oh, guck mal, ihr lebt ja wieder. Dann kann ich mir gleich nochmal was holen. Noch mehr Seele. So. Boink, boink. Ach, du schon wieder. Ah, fuck. Zack. Boom. Zack. Zack. Ui. Lass. Das. Ah, ja. So weit durchlang. Okay. 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 Jo. Wahrscheinlich. Äh, zack. So, okay. Okay. Ui. Sollte das so sein? Dass das funktioniert? Wow. Ups. Äh. Nö. Wo laufe ich hier eigentlich lang? Wahrscheinlich muss ich den anderen Weg lang gehen, oder? Zack. Oder? Hm. Äh. 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 Jo. Äh. Aha. Da komm ich nicht lang. Weg mit dir. Hopp. Aha. Zack. Wow. So. Jetzt hab ich's. Äh. Okay. Ach, guck mal, da liegt ne Karte. Dann ist er wahrscheinlich hier. Da ist er ja. Ah, mein kleiner Freund, du hast mich genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Ich war gerade dabei, die Karte dieser giftigen Höhlen fertigzustellen. Die Bewohner in diesem Gebiet verteidigen ihre Wir. Ich würde dir empfehlen, sie nach Möglichkeiten zu meiden. Weiter unten wurde ich von seltsamen, führenden Kreaturen erschreckt. Sie schienen recht intelligent zu sein. Als ich jünger war, hätte ich mich in ihren Höhlen gewagt. Aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr in der Lage, ihnen zu entkommen, wenn sie gewalttätigt werden sollten. Yep. Pilzöde. Diese Höhlen haben einen sehr starken Geruch und ich glaube, für mich ist es noch viel schlimmer. Mein Panzer ist sehr empfindlich für Gerüche. Du dagegen scheinst gar keine Geruchsorgane zu haben. Heißt das, dass du gar nicht riechen kannst? Was für eine Frage. Was für eine merkwürdige Frage. Okay. Pilzöde. Da müssen wir. Station der Könige. Königin. Okay. Äh. Zack. 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 Aha. Yo. Mal wieder runtergefallen. Wee. Nein. Geht mit eurem komischen Giftzeug, ey. Weg mit dir. Ja. Station der Königin. Aha. Das Ding ist zu. Warum? Warum ist es denn zu? Lala. Hallo. Na du. Was für ein Erlebnis. Ich hatte nicht erwartet, nach diesem nebeligen Abstieg auf eine solch große Hirschkäferstation zu treffen. Die Käfer von Highlands End müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein, wenn sie so tief in die Wildnis solche großartigen Bauwerke errichten konnten. Die gefährlichen Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den Weg hier hineingefunden zu haben. Der ideale Ort für eine kurze Rast. Hm. Wieklingin. Kohlingin. Danke.